Herzlich willkommen in der Physiotherapiepraxis. Mein Name ist Stefan Müller. Seit 2002 betreuen wir hier in unserer Praxis Patienten, Sportler, Erwachsene sowie Kinder bei ihren gesundheitlichen Problemen. Unser sehr gut ausgebildetes Team bildet sich permanent weiter in führenden Akademien fort, um noch detaillierter und professioneller unsere Patienten und Kunden zur Seite zu stehen.